Servus Leute! Es ist wieder soweit. Die nächste Rallye, die steht vor der Tür und zwar die fünfte internationale ADAC Zürich Westfalen Klassik. Das ist ja auch ein Zungenbrecher. Auf jeden Fall, die findet wieder statt im September und ich als Botschafter für Stillst du Kinderherz möchte meinen Beifahrersitz wieder anbieten. Und für den könnt ihr bieten, hier unten. Und ich hoffe, ihr habt richtig einen raus, weil immerhin kommt es den Kindern zugute. In dem Sinne, ich freue mich auf euch. Tschüss!